Was geht ab, yo? Ja, der Herr Mr. Slice of One und so, ne, also Ikke und so, ne, Zwei Dome und so und auf mich zeigen. Ja, ik will vernünftig Beatbox lernen. Wenn mir da jemand Tipps geben kann, äh, wäre nett, wie ich das am besten hinkriegen könnte. Also zur Zeit klingt das, äh, wie halt Anfänge klingen halt, ne. Ja, ungefähr so, ähm. Ja, halt, äh, so und Zeug. Alles mögliche, äh, naja, nicht jetzt gerade das Gelbe vom Ei, oder? Ja, ne, halt. Und ich verhaße mich ab und zu auf jeden Fall noch. Und wäre auf jeden Fall nett, Alter, wenn ihr mir meine Kommentare schreiben könntet, was ich, äh, da am besten machen könnte und wie ich alles mögliche verbessern könnte jetzt halt. Oder wie ich am besten die Luft einatme und so. Schreibt's in die Kommentare und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wo, see ya!